Am frühen Morgen näherten wir uns Kokimbo, einer Stadt mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern. Der Lotse kam an Bord und auch sonst gab es Bewegung im Wasser und in der Luft. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Anlegen verließen wir das Schiff, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Im Hafen liegen auf Alt getrimmte Ausflugsschiffe. Auch einige Seelöwen tummelten sich am Ende des Hafens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gerne wären wir auf das 92 Meter hohe Kreuz des dritten Jahrtausends hochgestiegen und hätten den Blick über Stadt und Meer genossen. Man kann über Treppen und kleine Gassen dorthin gelangen. Aber wir wurden ausdrücklich davor gewarnt, weil es in dieser Gegend regelmäßig Taschendiebstähle und sogar Überfälle gibt. So beschränkten wir uns auf das Geschäftszentrum. Diese bewachsene Wand ziert ein großes Einkaufszentrum mit vielen Geschäften. Direkt daneben findet aber das Leben auf der Straße statt. Man wundert sich, was dort alles verkauft wird und wie viele Leute unterwegs sind. Musik Wofür diese Schüler demonstrierten, haben wir leider nicht erfahren. Die Hauptkirche der Stadt San Pedro stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Plaza de Armas liegt direkt unterhalb der Kirche. Nach dem ausgiebigen Rundgang war es Zeit, wieder zum Hafen zurückzugehen, wo inzwischen auch reges Leben herrschte. Da wir bei den letzten Häfen teilweise geankert hatten, nutzte die Schiffskro die Zeit im Hafen, um den Anstrich auszubessern. Da wusste noch niemand, dass der nächste Halt wieder vor Anker sein würde. Musik